Täglich grüßt das kostenlose E-Book. Ihr bekommt hier Links zu kostenlosen Amazon E-Books über Hunde. Der nicht ganz ernst gemeinte Ratgeber für Hunde. Hunde und Haussitting. Eigentlich wollte ich keinen Hund, sagte Heinrich Wetter. Aus dem Tagebuch eines Hundes. Vier Pfoten für Julia. Flockenwirbel. Hundsgemein. Bibi und Bubi. Möpse allein im Wald. Einfach eintragen und ihr bekommt sofort den Link zur Seite, das Passwort. Und dort könnt ihr euch die Bücher ansehen und herunterladen. Einfach eure beste E-Mail-Adresse eintragen und den Eintragungslink, der per E-Mail kommt, bestätigen. Dann bekommt ihr den Zugang.